Hey, sorry. Ich bin Straßenfotograf. Hättet ihr Bock auf ein Foto? Ja, natürlich. Ja? Dass ihr so ein bisschen spielt? Machen wir jetzt ein paar Push-Ups, ich komm mal wieder. Ja, das ist von dem Mann. Okay, kann ich noch so ein Portrait-Foto von jedem machen? Ja, klar. Ja, perfekt. Schau einfach in die Kamera. Okay, super. Tschau. Tschau Junko, tschau.